Hallo Leute, willkommen zu Super Mario Advance 2 und da Schoko in Teil 1. Und ich bin gerade vom Schlafen aufgewacht, also windet euch nicht, wenn ich jetzt gerade so still bin und... Wieso kann ich dich nicht fressen? Okay, so... Und so... Das war knapp. Ich hätte gedacht, dass er mich jetzt treffen würde. Okay, er fliegt noch weiter. Und... Okay, vielleicht komme ich jetzt so am Ziel. Ah, verdammt! Ah! Fick dich ins... Fick dich! Also hier kann man... Also man muss da rein, okay. Okay, so... Okay, man muss hier rein. Um da hinten rauszukommen. Warte, was ist das denn eigentlich? Das ist mein Leben. So. Und komme ich da hinten an? Ja. Lass mich... Warte, mich fahr... Ach, ich dachte... Okay, fast hätte ich es nicht geschafft. Und... Und... 16. Geschafft irgendwie noch. Zurück. Bams! Und es kommt noch ein neues Projekt. Das Projekt, wo ich One Piece nicht machen werde, kommt ein anderes Mario-Spiel. Schoko-Spuk-Haus. Schoko-Spuk-Haus. Ähm... Warte. Ach, okay. Das war diese Kacke. Es gab hier keinen geheimen Ausgang. Also es gab keine geheimes oder so. Ähm... Ähm... Ja. Verdammt! Ich dachte, das hätte jetzt geklappt. So. Kommt jetzt Feder? Ja, hier kommt Feder. Okay. Ähm... Perfekt. Scheiße. Verdammt! Oh, scheiße. Okay, rein. Oh nein. Sind das diese... Das sind diese verfickten Buchos, die sich in Steine verwandeln können. Und welche... Ein paar von denen musst du die mitnehmen. Ja, komm mit. Komm mit. Ich weiß das jetzt wieder. Ich habe hier... Als ich klein war, habe ich hier so lange gebraucht, um das zu verstehen. Okay. So. So kommt man hier raus. Und das ist der Ausgang. Ey. Und 27. Puh, das ging schnell. Ich bin gut. Und wir sind weiter im letzten Dungeon, also letzten Level. Heftig, heftig. Vielleicht spiele ich jetzt auch komplett durch. Aber jetzt kommt die Kacke. Es gibt zwei Wege. Ja, speicher weiter. Also, es gibt diesen einen Weg. Oder diesen Weg. Erstmal gucken wir mal, welchen Weg wir schaffen. Also, das gibt uns einen Tipp. Die Zahl der gesappten Münzen oder die verbleibende Zahl kann den Spielverlauf verändern. Findest du... Findest du den geheimen Ausgang? Okay, es gibt Münzen. Ach, leck mich am Sack. Ach komm, fick dich. Ich habe gar nicht Bock, jetzt irgendwie... Ach, scheiß drauf. Wir machen einfach mal ein Ding hier. Und Leben dazu. Und so. Okay. Gucken wir mal, welchen Ausgang wir haben. Es gibt mehrere Ausgänge. Das sind der, wo die roten Kuppers sind. Ja, das ist... Boah, das war knapp. Und wie ich schon erwähnt, ich spiele immer noch mit Tastatur. Ach. Verdammte Kacke. Okay, komm. Wieso bin ich jetzt wieder... Ach, egal. Ich wieder... Ich wiederfrage nichts. Und... So. 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 Ist er knapp? Komm, hör auf. Ich bin gerade vom Schlafen aufgewacht. Ich will jetzt auch friedlich spielen. Ohne Probleme. Also lass mich. So. Und so. Und so. Weg mit dir. Und Joshi, komm her. Weg mit dir. Weg mit dir. Okay, die Munze hier... Ach, scheiße. Ich musste die Münzen da hochholen. Okay, das ist immer noch der gleiche Ausgang. Verdammt. Das ist scheiße Steuerung. Am PC. So eine Kacke. Verdammt. Wartet. Okay, weiter. Ach, scheiße. Ich scheiße auf die Münzen mal. Ich sehe mal, was ich da einen Ausgang für bekomme. Und so. Und so. Sehen wir mal. Krieg den gleichen Ausgang. Okay, das ist noch der normale Ausgang. So. 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 Irgendwie noch geschafft. Warte, ist das... Ach. Scheiße. Oh, scheiße. Kleine chinesische... Nicht... Ach, man. Wo ich gerade das schon geschafft habe. Ich habe... Ich habe die ganze Zeit auf dieses Level befürchtet, weil dieses Level so behindert ist. Ach, komm. Es fängt schon gut an, Leute. Es fängt schon sehr, sehr gut an. Ja. Es fängt schon gut an. Und so eine Scheiße. So eine verfickte Scheiße. Und das ist gerade dann, wo ich gerade aufgewacht bin. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay, so. Ach, immer wieder diese Kacke. Okay. Okay. So. So. Leck mich am Sack, du kleiner Sposti. Ach, meine Nerven gehen wieder hoch. Ähm, ja. Mein... Also mein Stress erhöht sich wieder. Verdammt. Okay, komm. Und so. So. Und so. Und so. Rein mit uns. Ich will nicht jedes Mal dieses verfickte Level hier wieder sehen. Mann. Okay. So. 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 Okay. Jetzt verfickt den scheiß... Äh, chinesische Niedepferde. Fickt euch. Was zur Hölle? Habe ich gerade den normalen Ausgang gefunden. Ähm, ja. Ich bin gerade kurz verwirrt. Aber sehen wir mal. Aber nicht der... Ja, es fängt schon gut an. Ja, es fängt gut, gut, gut an. Und weiter. In diesem Video. So. Will ich nur das hier schaffen? So. Ach, ich dachte schon, der Football trifft mich noch. Obwohl der Besitzer schon tot ist. Was hat mich jetzt gerade verdammt nochmal getötet? So. Aber was ist denn da? Wer hat mich gerade getötet? Ich habe doch den Panzer mitgenommen. Okay, das ist jetzt meine eigene Dummheit. Oh, verdammte Kacke. Was ist jetzt auf einmal los? Gerade aufgewacht beim Schlafen. Ich dachte, ich kann jetzt friedlich spielen. Aber nein. Okay, er kommt nicht mehr wieder. Was zur Hölle? Wie kann mich ein Football töten? Oh, so eine Scheiße. Ach, komm. Komm, entscheide dich mal, in welche Rechnung du gehst. Gut, so. Okay, komm. Ey, ich bin so dämlich. Oder bin ich... Boah, ich stelle mich so blöd an. Ich habe so viel Leben schon verloren. Boah. Du heilige Kacke. Fick dich doch ins Knie. Ich wirf alles verdammte Scheiße nochmal. Oh, so eine Scheiße. So eine... Ey, das ist... Das ist so eine Scheiße. Jetzt fehle ich richtig rum. Aber egal. Wie schon erwähnt. Alles mit Tastatur. Ey, so eine Scheiße. So eine... Fickte, verfickte... So eine verfickte Scheiße. So eine verfickte, verfickte Scheiße. Komm mal runter. Wollt ihr mich verarschen? Ähm, so. Geht's da hoch? Ja. Bitte der sichere Weg. Bitte der sichere Weg. Okay, ein fast sicherer Weg. Wenn dieser komische Eishochgespieler nicht da oben wäre. Ist die Welt nur von Schackis oder was? Ich will irgendwie speichern können. Oh, verdammt! Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich hab nicht gespeichert. Es wird nicht gut enden. Es wird nicht gut enden. Das weiß ich jetzt schon. Ähm. Okay, gab's nicht hier irgendwelche Feuerblumen? Ähm. Na, ich meine ja diese schwarzen Blumen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Verdammte Kacke. Okay, die haben sie irgendwie gegenseitig getötet und... Oh, nein. Oh, nein. Nicht ihr. Nicht ihr. Bitte. Es soll jetzt irgendwas Gutes für mich kommen. Komm mal. So. 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 Verdammt. 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 Oh. 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 Scheiße. Scheiße. Oh. Verdammte. Scheiße. Meine Nerven. Ich hab's geschafft. Okay. Hä? Was ist los? Ach komm. Boah, meine Nerven. Ich dachte, das ist wie bei Super Mario Advance 4 mit den Lacken, also mit den Lakitos, wo der ganz in seine Brüder runtergeworfen hat. Oh, verdammte Scheiße. Ich könnte jetzt zum Boss gehen. Aber das mach ich nicht. Wir machen mal den altmodischen Weg noch. Oh, verdammte Nerven. Oh, scheiße, meine Nerven. Ähm. So. So. Und ihr Leben dazubekommen irgendwie noch. So, dankeschön. Hier kommt ein fitter chinesischer Schnell in den Pferd. Und rauf mit uns. Und so. Und alle mal Münzen sammeln. Ähm, das ist jetzt ein anderer Weg. Ey, ich will's mich komplett verarschen. So eine Scheiße. So eine verfickte. So. So. Kommt jetzt immer der Ausgang, wenn ich die ganzen Münzen gesammelt habe, oder was? Okay, so. Boah. Fetter chinesischer Fisch. Ähm, nein. Was sag ich da? Fisch. Äh, ich meine, Nilpferd. Oder was das auch darstellen soll. Oder Godzilla in Nilpferd-Förm. Und die ganzen... Ach, scheiße. Jetzt kommt dieser Behinderte-Weg. Nein, er ist immer noch der gleiche Weg. Okay. So. Essen. Komm her. Essen. So. Und so. So. Okay. Okay. Ach, das ist der Level. Kann man ganz so noch Pilze. Also man muss jetzt einfach nur durchsprinten. Dann hat man das normale Ziel erreicht, oder? Ähm. Ähm. Godzilla, Godzilla. Und... So. 21. Puh. Verdammt. Aber ein Hals kratzt voll. Bams. Oh, knapp, knapp, knapp. Komm weiter. Jetzt sind wir den Weg. Schoko-Insel 3. Let's go. Oh. Ähm. Was war das wieder? Was war das für ein Level wieder? Ähm. Okay. Oh, scheiße. Okay, eine Feder. Ich habe irgendwie Bock, jetzt rumzufliegen. Ähm. Ja, das ist das Können eines Kochschirns, Leute. Ich kann einfach rumfliegen und das passiert nichts. So. Und, komme ich an Ziel? Komme ich... Ähm. Der verfickte Bastard ist wieder rausgekommen. Okay. Ähm. Oh, knapp, knapp, knapp. Und so. Und so. Achso, ja. Es gibt zwei... Achso, ja. Stimmt. Es gibt zwei Gewege. Der eine Weg ist ganz da hinten. Okay. Ich muss jetzt wieder das Level nochmal machen. Weil, es kommt... Jetzt gehen wir irgendwie im Kreis oder so. Ja, jetzt gehen wir im Kreis. Jetzt müsst ihr nochmal machen. Okay, ich nehme wieder diese Feder da oben. Die war auch sehr hilfreich. Hat mich auch sehr viel Mühe nehmen. Also sehr viel Strapazen gespart. Ähm. Okay. So. Ähm. Ähm, ja. Das war das jetzt. Und so. Rumfliegen. Ähm. Kommt mich jetzt nicht irgendwo das... Speicherpunkt? Ja. Okay, jetzt habe ich meine Ruhe von diesem Bastardo. Was zur Hölle? Was mache ich hier? Ich dachte, ich war... Just what I needed. Geht jetzt eine Feder. Das ist dafür, dass es, ähm... Den Weg weiß. Das weiß uns den Weg. Okay. Okay. Jetzt muss ich ganz brutsam sein. Und... Klar überlegen, was ich als nächstes tue. Und was nicht. Oh, das war verdammt knapp. Okay, das war das jetzt. Und... Da hätte man jetzt drei Leben holen können, aber... Ich war irgendwie zu feuräulig, aber egal. Ja, okay, das war das jetzt Ging schnell Der mittlere Weg Das werde ich sowieso in diesem Video Fertig bekommen Schokolade Und so An diesem Level habe ich so Sehr leichte Erinnerung, weil Ich weiß nicht Und Ja Sehr leichte Erinnerung, ich verstehe Und so Und so Diese Holzzeile können mich gar nicht verletzen, oder? Bisher sah ich keine Verletzungsgefahr von denen Ähm, ja, ich dachte, ich kann jetzt rum Durchsprinten, aber Nein, das Spiel wollte mich nicht lassen Okay Wir nehmen mal diese Feder Federlein, komm her Komm her Komm her Jetzt gehen wir mal ein bisschen runter Spazieren Okay, ich lasse es einfach mal Ja, guck mich nicht so komisch an hier Tick nicht aus Okay, komm her Feder, 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 Feder Also das wäre passiert, wenn wir Ähm, den grünen, pinken Schalter Nicht gefunden hätten Jetzt durch Durchziehen, oder? Okay, der kommt nicht raus Weil ich den blauen Schalter gefunden habe Und der Komm zu Komm jetzt Wir werden auch dieses Level In diesem Dungeon hier Also die ganze Schoko-Insel In diesem Video fertig bekommen Komm Die Schoko-Insel will ich jetzt In diesem Video fertig bekommen Keines Hab ich irgendwie ein Problem Hab ich irgendwie ein Problem Oder so Oder warum bin ich immer so voreilig Okay, komm Komm her Okay, jetzt bin ich auf der sicheren Seite Und Ich wusste das doch Ich hab jetzt keinen Bock Aber jetzt alle Die ganzen Wege wieder zurückziehen Um diese ganzen Feder Von dieser Geist Secret Place zu holen Oh, so eine Scheiße Warum hab ich die Sternlevel nicht Denn hätte ich jetzt alles so teleporten können Und das war jetzt gekonnt Sehr gekonnt von mir Willst du mich verarschen? Wartet Ich hab gleich 30 Minuten Boah, ey Kackt die Wand an Sag ich mal Das passt jetzt auch Zu diesen Zu diesen Innendekorationen Ähm Knapp, knapp So Okay What? What?